Ja ihr Lieben, 2023 ist schon wieder vorbei. 2024 ist jetzt angesagt. An dieser Stelle frohes neues Jahr und wir starten das Jahr natürlich mit einem richtig krassen Angebot. Und das ist... 30 Monate gratis und ihr speistet euch noch die Anwendung. Wie krass ist das denn? Also... Sagt euren Liebsten, schaut vorbei. Wir wollen ja alle fit und gesund ins nächste Jahr starten. Also... Frohes neues Jahr! Das ist schon woanders angemeldet. Das ist doch gar kein Problem. Du schaust einfach mal bei uns auf ein kostenloses Übungen-Training vorbei. Überzeugst dich von unserem krassem Gerät und uns einfach über Trainingsherren. Ja ihr Lieben, 2023 ist schon wieder vorbei. 2023, 2024 ist jetzt angesagt. An dieser Stelle frohes neues Jahr und wir starten das Jahr natürlich mit einem richtig krassen Angebot. Und das ist... 30 Monate gratis und ihr speistet euch noch die Anwendung. Wie krass ist das denn? Also... Sagt euren Liebsten, schaut vorbei. Wir wollen ja alle fit und gesund ins nächste Jahr starten. Also... Frohes neues Jahr! Und das ist schon woanders angemeldet. Das ist doch gar kein Problem. Dann schaust du einfach bei uns auf ein kostenloses Übungen-Training vorbei. Überzeugst dich von unserem krassem Gerät und unserem super Trainingsherren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.